Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ja traurig, dass bei der CDU bei dem wichtigen Thema so viele Leute gehen. Aber na ja, gut, ist ja auch nicht ganz so wichtig für Sie wahrscheinlich. Es gibt ein helles und ein dunkles Deutschland. In dem einen glitzert es. Eltern fahren mit den Kindern in den Urlaub. Zum Geburtstag gibt es ein iPhone und zu Weihnachten ein neues Fahrrad. Und das andere Deutschland? Das spielt in den Plattenbauten, in Sozialwohnungen und Suppenküchen, wo Kinder nach der Schule ein warmes Mittagessen bekommen. Das hat sogar die Bild am Sonntag erkannt. Und das, meine Damen und Herren, ist die knallharte Realität in Deutschland 2016. Diese Bundesregierung kennt alle Zahlen. Aber das interessiert Sie nicht. Und wissen Sie, was ein Hohn ist? Dass die Bundesregierung zwei Euro Kindergelderhöhung spendiert. Zwei Euro! Das reicht noch nicht mal für ein Paket Windeln. Sie sollten sich schämen. Und ich finde, meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Skandal. Ja, es geht noch weiter, Kollege Bartke. Im Jahr 2015 waren rund jedes siebte Kind auf Hartz IV angewiesen. Über 1,5 Millionen Kinder unter 15 Jahren. Und es werden jährlich immer mehr. 2,3 Millionen Mädchen und Jungen sind laut dem Statistikamt Eurostat in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das ist fast jedes fünfte Kind. Für 350.000 Kinder und Jugendliche sind die Tafeln die einzige Chance, ein Frühstück oder ein warmes Mittagessen zu bekommen. Sie springen für den von der CDU und der SPD abgebauten Sozialstaat ein und müssen sehen, wie sie die Mittel dafür zusammenbekommen. Die Bekämpfung der Armut verlagern Sie so auf das Ehrenamt. Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, hier etwas zu tun. Ja, da kann man nichts verdienen, wie zum Beispiel in der Rüstungsindustrie. Dafür ist immer Geld da. Das ist das Resultat Ihrer langjährigen Politik. Und das, meine Damen und Herren, macht die Linke nicht mit. Die sozialen Leistungen müssen Armut verhindern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Um Kinderarmut zu bekämpfen, fordern wir einen umfassenden Aktionsplan. Die sozialen Sicherungssysteme müssen Armut von Kindern und Jugendlichen ausschließen. Dafür brauchen wir eine eigenständige Kindergrundsicherung. Und ganz wesentlich, es geht dabei um die Bekämpfung der Armut der Eltern. Und wenn Frau Nahles sagt, dass gute Arbeit der Schlüssel dafür sei. Da möchte ich Sie daran erinnern, dass insbesondere die SPD mit der Agenda 2010 die vielen prekären Arbeitsverhältnisse ja erst einmal ermöglicht hat und so die soziale Schieflage vorangetrieben hat. Dadurch ist in diesem Land ein Strudel entstanden, der mit seinem Sog immer mehr Menschen in den sozialen Abstieg herunterzieht. Und das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Statt in Demut die Richtung zu korrigieren, Kollege Barth, gehören Sie schön zu. Heimst Ihr Altkanzler diese Woche den hochdotierten, mit 10 000 Euro hochdotierten Ludwig Erhard-Preis ein, weil er mit seiner Agenda-Reform alles auf eine Karte gesetzt hat. Und da wundern Sie sich, meine Damen und Herren, dass Politik ihre Glaubwürdigkeit verliert. Statt der Agenda 2010 braucht es gute Arbeit mit guten Löhnen. Leiharbeit, Teilzeit, Minijobs müssen der Vergangenheit angehören. Wir brauchen einen Mindestlohn von 12 Euro. Das wäre der richtige Weg. Und das kriegen wir nun, nein, wir sind bei 12 Euro, Kollege Bartke. Das kriegen wir nur durch einen Politikwechsel hin. Sozial, meine Damen und Herren, geht anders. Und dafür steht die Linke und so nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Jutta Eckenbach, CDU-CSU-Fraktion. Vorsicht.